Wir beginnen mit dem Schnorchelset von Dorle. Dieses Schnorchelset setzt sich aus einer Taucherbrille, einem Schnorchel und einem Netzbeutel zusammen. Es eignet sich für Frauen, Männer und Jugendliche. Die Taucherbrille des Schnorchelsets hat eine 180 Grad Sicht. Ihre Scheibe wird aus gehärtetem Glas gefertigt. Zusätzlich hat die Taucherbrille eine Anti-Beschlagbeschichtung. Der Schnorchel hat eine Länge von 44 Zentimetern. Sein Mundstück besteht aus Silikon. Versehen ist der Schnorchel mit einer Schnalle, mit deren Hilfe die Befestigung an der Taucherbrille gelingt. Darüber hinaus hat der Schnorchel drei Kanäle. Hierzu zählen zwei Ablassventile und ein getrennter Luftkanal. Das Drei-Kanal-Design soll für die Trennung des Wassers und der Luft sorgen. Weiterhin ist der Schnorchel mit einem Doppelschwimmer versehen. Er soll dafür sorgen, dass kein Wasser in den Schnorchel eindringt.